Das Beet hinter mir habe ich einfach mal umgegraben, jetzt im Juli. Der Grund, warum ich das gemacht habe und was ich ausgesät habe, erfahrt ihr jetzt mehr in diesem Video. Also seid gespannt und bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich habe das Beet jetzt hier vor dem Gewächshaus, wo eigentlich der Salat und die Zwiebeln drin waren. Und dazwischen ich im Februar Möhren gesetzt habe. Habe ich jetzt einfach umgegraben. Also das Beet war so angelegt, dass ich halt eine Reihe Salat mit Zwiebeln dazwischen gesteckt habe. Und dann eine Reihe Möhren und dann wieder Salat und Zwiebeln. Das Problem ist halt einfach nur, irgendwie sind die Möhren nach zweimaliger Aussaat, einmal im Februar und dann im April, nicht aufgegangen. Ich weiß nicht, ob der Boden nicht so gut war oder nicht so lockerhaltig, weil natürlich die Möhren es halt gerne locker haben möchten. Das ist ein feuchten, lockeren Boden, der sollte schon krümlich sein und das ist jetzt irgendwie nicht so passiert, wie wir es gewollt haben. Ich und mein Vater, mein Vater war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht ganz so gut geklappt hat. Die Vögel haben auch ab und zu mal geknappert. Und das andere Problem war halt einfach nur, dass der Salat dann der erste, der im Februar drin stand, der hat sich gut entwickelt. Und dann je mehr es ja jetzt zu diesem regnerischen Wetter, je jetzt im Sommer gekommen ist, desto mehr haben die Schnecken einfach überhand genommen. Ich habe jetzt einmal einen Salat gesehen, dass da 50 Schnecken gewesen sind. Und dann habe ich mir so, das hatte überhaupt keinen Wert. Da sind so viele Schnecken, die auch in den Zwiebeln rumknabbern. Und dann dachte ich mir einfach so, du hast jetzt einfach Anfang Juli, also als ich das gemacht habe, war der erste Juli, als ich umgegraben habe, habe ich mir einfach mal gedacht, mal ein spontanes Experiment, weil der Boden hier auch stark verlähmt und verdichtet ist bei meinen Eltern. Da dachte ich mir einfach so, habe ich mir Pferdemist geholt, Bokashi, habe auch Pflanzenkohle eingeweicht in Urgesteinswähl und in meinem eigenen Urin und Brennensie auch, damit die sich schon mal vollsaugt, weil sie noch nicht ganz aktiviert war. Das habe ich dann überall einfach auf die Fläche mit aufgelegt, nachdem ich den Buchweizen, den ich als Gründung immer vor zwei Jahren reingesetzt habe, mit eingearbeitet habe. Der Salat, der geschossen hat, habe ich einfach alles rausgezogen, zu Bet auf die Seite gelegt. Und dann mit der Hacke, habe ich dann erstmal das ganze Grundzeug eingearbeitet. Darauf habe ich dann den Pferdemist, den Bokashi, die Pflanzenkohle mit Urgesteinswähl, das Gemische auch mit drauf geworfen und das dann auch alles mit eingegraben und umgegraben. Also mit der Grabgabel bin ich, ja, die Gabel tiefe, habe ich das einfach alles eingearbeitet. Ist jetzt, so gesehen würden jetzt manche Leute sagen, dass es halt permakulturmäßig oder man, nicht permakulturmäßig, dass es halt von dem Bodenleben nicht optimal ist, weil, ja, das Bodenleben gestört wird. Ich habe aber sehr viele Bodenlebewesen gesehen und, also, Regenwürmer auf einigermaßen guten, krümeligen Boden, also wird immer besser. Und ich habe ja auch neue mit dem Pferdemist und mit dem Bokashi und jetzt werde ich sie noch mal mulchen. Wird auch das Bodenleben wiederkommen, wird auch die Ämsten nochmal mit draufspuren, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und das andere, warum ich jetzt diesen Experiment mit der Pflanzenkohle gemacht habe, ist einfach mal, ja, zu sehen, wie sich die Möhren entwickeln, ob sie schneller wachsen, weil im Herbst jetzt ist es halt auch so, beziehungsweise jetzt im Juli werden die jetzt ziemlich spät, ja, rauskommen, ob die das dann auch wärmer haben. Ist natürlich, Pferdemist drinnen, die werden es schön warm haben normalerweise. Und das ist ein anderer Interessantes, die Leute sagen ja auch, dass der Pferdemist zu starker Dünger ist und dass die Möhren sich mal spalten werden oder so. Und das ist einfach mal so ein Experiment oder ein Selbstversuch für mich, einfach mal spontan umgegraben. Pferdemist ziemlich frischen sogar noch mit tief eingearbeitet. Pflanzenkohle, Bokashi, einfach alles so, fast so ein bisschen Thera-Pretamäßig. Und dann habe ich einfach die Möhren mit reingesetzt, einfach, ich glaube, sechs Reihen oder sieben Möhren ausgesät, Radieschen zwischenrein geworfen. Das ist also so eine Mischkultur, damit ich halt ungefähr weiß, wo die Reihe ist. Habe ich Möhren nochmal, äh, habe ich Radieschen nochmal zwischenrein gesät. Und damit ich, weil die halt schneller aufgehen innerhalb von sechs Wochen, dann weiß ich ungefähr, okay, da ist ungefähr die Reihe Möhren. Muss ich da das Beikaut ein bisschen weg, äh, ein bisschen weiter weg machen. Und was ich auch sehr schön fand, ist, nachdem ich die, also ich habe zuerst einen Teil umgegraben, damit ich den Boden nicht mehr verdichte. Da hat es ausgesehen, dann hat es mein Vater gekommen und hat mir dann auch nochmal geholfen, umzugraben und dann die fetten Brocken nochmal, ja, ein bisschen aufzulackern. Und wie mein Ausbilder, mein Vater sozusagen auch gesagt hat, der mir auch ein bisschen das Umgraben nähergebracht hat, ist immer halt, ähm, kleinere Stücke nehmen, nicht zu groß, oder die, äh, ja, nicht zu groß umgraben, beziehungsweise was er halt damit meint ist, dass man die Abstände, wo man die Gabel neu ansetzt, so klein wie möglich halt wird. Das ist erstens einfacher, weil dann man schon näher an einem gelockerten Boden ist und zweitens bilden sich dann, wenn man dann umdreht oder wendet, bilden sich nicht so große Brocken und das ist halt auch ein guter Vorteil und ich bin einfach mal gespannt, wie es sich entwickelt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch meine Freundinnen, Bekannten, Familien von mir und meinem Projekt. Erzählt damit immer mehr Aufmerksamkeit auf mich und das Permakulturprojekt kommt, damit ich auch, ja, da, das weiter für euch fortführen kann. Natürlich findet ihr auch in der Videobeschreibung und auf meiner Webseite Unterstützungsmöglichkeiten, damit ich hier für euch, ja, weiter das, ja, Projekt am Laufen halten kann, wir gemeinsam in eine nachhaltige Welt, beziehungsweise in eine nachhaltige Natur gehen und ich auch natürlich weiter für euch Videos machen kann und das Projekt hier am Laufen halten kann. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderbare und schöne, ja, Tage. Hoffentlich, dass es nicht ganz so oft regnet wie bei, wie bei euch. Also letztes, also gestern bin ich pitschnass nach Hause gekommen. So ist das eben, wenn man so viel zu tun hat in dem Garten und auf einmal kommt der Regen und man möchte unbedingt was, unbedingt was machen, dann, naja. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Falls du das siehst, Giorgio, das ist auch ein Deudenblütler. Das ist eine Möhre. Die ist nicht so giftig. Viel Spaß bei deinen Rundgängen, alter Freund. Bis zum nächsten Mal.